Hallo und herzlich willkommen bei Clever Printing. Mein Name ist Christian Peskula und ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie mit Hilfe von PDFX und Color Management perfekte Druckdaten erstellen. In den kommenden acht Stunden werden wir uns gemeinsam angucken, warum kann man als Mensch viel Farbe sehen. Wenn man diese Farbe dann aber drucken möchte, verändert sie sich, beispielsweise im Zeitungsdruck. Wir werden uns dazu die verschiedenen Druckverfahren angucken, beispielsweise den Digitaldruck, den Zeitungsdruck, den Bogen-Offset-Druck und natürlich auch den Tiefdruck. Wir werden uns angucken, wie und vor allen Dingen wo konvertiere ich von RGB in CMYK. Auch ein Thema dieser Schulung, Monitor-Kalibration. Wir werden uns ansehen, wie farbverbindlich kann ein Monitor eigentlich Farben anzeigen und welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein. Wir werden uns natürlich auch den Photoshop genauer angucken. Photoshop ist die Anwendung, wenn es darum geht, RGB-Bilder in CMYK zu konvertieren. Das Problem dabei ist nur, Photoshop installiert sich leider nicht mit den optimalen Farbeinstellungen und auch nicht mit den optimalen Farbprofilen. Wir werden also zunächst einmal die Einstellungen anpassen, so dass Photoshop für uns verlässlich arbeitet und anschließend werden wir Bilder von RGB in CMYK umwandeln. Die Profile, die wir dabei benutzen werden, die EC-Profile, habe ich Ihnen alle auf die DVD gebrannt. Die werden wir zuvor gemeinsam installieren und dann werden wir mit diesen Profilen arbeiten und konvertieren. Nach Photoshop werden wir uns dem Programm Bridge zuwenden. Bridge ist zunächst einmal in der Lage, das Farbmanagement der kompletten Creative Suite zu synchronisieren, also dafür zu sorgen, dass alle CS-Programme mit denselben Color-Management-Einstellungen arbeiten. Aber Bridge kann noch viel mehr. Bridge ist Ihr Kumpel. Wenn Sie Bridge richtig nutzen, zeigt Bridge Ihnen unter jedem Bild den Farbmodus und das Farbprofil an. Und das sind natürlich ganz wichtige Informationen, wenn Sie Druckdaten erstellen. Auch in InDesign gibt es natürlich ein Farbmanagement und auch das werden wir uns genau angucken. Das Color-Management von InDesign ermöglicht es mir, medieneutral zu arbeiten. Und damit kann man Zeit und Geld sparen. Voraussetzung ist natürlich, dass man dieses Color-Management korrekt konfiguriert. Und wie man dabei vorgeht, das werde ich Ihnen zeigen. Anschließend werden wir in InDesign Druckdaten aufbauen und werden diese vor der Ausgabe überprüfen, beispielsweise mit der Transparenzreduzierungsvorschau. Schwieriges Wort. Transparenzen lassen sich nicht auf Postscript-Geräten ausgeben. Und deswegen muss InDesign diese in einigen Fällen reduzieren. Dabei kann es aber vorkommen, dass Objekte sich verändern. Beispielsweise wie hier, kleiner Text wird in Pfade konvertiert. Und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie mithilfe dieser Vorschau Ihre Daten sehr einfach und sehr gut überprüfen können. Anschließend werden wir Druckdaten aus InDesign erzeugen. Wir werden PDFs exportieren. Und dabei werden wir auf Probleme stoßen, denn die von Adobe mitgelieferten Export-Settings sind eigentlich für den Distiller gemacht. Und deswegen sind sie auch in InDesign eingeklammert. Wenn man diese Settings 1 zu 1 in InDesign benutzt, dann kann es dazu führen, dass es im Druck Probleme gibt. Wir werden uns also eigene Settings machen, anpassen und dann aus InDesign Druckdaten erzeugen. Auch in QuarkXPress gibt es natürlich ein Farbmanagement. Und wie sollte es anders sein? Das muss man natürlich selber konfigurieren. Das ist in Quark vom Konzept her ein bisschen anders als in InDesign. Aber keine Angst, auch das ist relativ einfach. Und Sie brauchen auch hier nichts mitzuschreiben oder sich Notizen zu machen. Alle Einstellungen, die ich Ihnen heute zeige, alle Screenshots, können Sie bequem im Clever Printing, PDFX und Color Management Handbuch, was ja zur DVD dazugehört, nachlesen. Wir werden also QuarkXPress einstellen und werden anschließend aus Quark auch Druck-PDFs erzeugen und dann im Acrobat prüfen. Die Druckdatenüberprüfung im Acrobat Professional ist eine ganz wichtige Angelegenheit, denn manchmal sieht man erst im fertigen PDF, wie hat mein Programm meine Druckdaten verändert. Ich habe hier ein Beispiel aus QuarkXPress und da sehen Sie, hat Quark bei der Ausgabe Vektordaten in Pixel umgewandelt. Also ist es wichtig, dass wir uns, bevor wir das PDF an die Druckerei schicken, das PDF zunächst einmal visuell kontrollieren. Anschließend werden wir die Ausgabevorschau benutzen. Mit der Ausgabevorschau können wir uns den Gesamtfarbauftrag anzeigen lassen. Wir können einzelne Farbkanäle ausblenden lassen und die Ausgabevorschau ist ein ganz mächtiges Werkzeug, um Druck-PDFs zu überprüfen. Last but not least werden wir ein Preflight machen. Ein Preflight ist eine softwaregestützte Überprüfung der PDF-Daten, die viel mehr Fehler findet, als wir das visuell prüfen können. Leider sind die Preflight-Profile von Adobe Acrobat, die mitgeliefert und mitinstalliert werden, in einigen Fällen recht kompliziert und unverständlich. Wir werden also hingehen und uns eigene Profile machen, die wirklich nur die Dinge prüfen, die wir für wichtig und für fehlerrelevant halten. Abschließend werden wir unser PDF als PDFX zertifizieren. Das PDFX ist das Format, das die meisten Druckereien gern haben möchten. Mittlerweile gibt es verschiedene PDFX-Formate, PDFX1a, X3, X4. Ich werde Ihnen zeigen, wann ist welches PDFX-Format richtig. Bevor wir loslegen, will ich Ihnen noch ein paar Tipps geben, wie Sie diese DVD benutzen. An der linken Seite sehen Sie die Kapitel und in den Kapiteln die jeweiligen dazugehörigen Filme. Sie klicken einfach auf den Film und schon startet er. An der Unterseite des Filmfensters sehen Sie eine Menüleiste. Die sehen Sie aber nur, wenn Sie mit der Maus über dem Film sind. Die poppt dann automatisch ein und hier können Sie den Film pausieren oder stoppen. Wenn Sie den Film vor- oder zurückspulen möchten, klicken Sie einfach auf den kleinen grünen Pfeil. Das ist der Zeitanzeiger und da klicken Sie drauf und ziehen den dann nach rechts oder links. Hier oben können Sie die Anwendung beenden oder maximieren oder minimieren. Für Sie ganz wichtig ist diese kleine Leiste hier. Hier sehen Sie immer, in welchem Kapitel Sie sind, welchen Film Sie sehen und Sie sehen auch, welche Seite im Clever Printing Handbuch den jeweiligen Film behandelt. So können Sie parallel zum Film immer mitarbeiten. Okay, ich denke, ich habe genug geredet. Wir fangen mal an. Sie klicken bitte im Kapitel Basics auf Grundeinstellungen und dann prüfen wir zunächst einmal, ob Ihr Monitor auch korrekt eingestellt ist. Auf geht's! Und da ist das ein Kevin? Wir fangen an.